2023 ist der Weltschurentag am Europa. Und zwar ist die Weltschurentag zu Lissabon. Eine ungeheuer Chance für Eis, dazu ganz viel durch hineinzukommen. Wir werden über Lourdes, Loyola, Braga, Fatima auf Lissabon fahren. Ich schrei mich auf der Treffe, wo Millionen von Jonkelein zusammenkommen. Wo zusammen gefeiert, gedanst, gebiert, geschwaget. Wo neue Freundschaften entstehen. Auf wen er voran kann, wen den Herrgott ist. Auf wen Jesus Christus ist. Den Hechtpunkt wird sehen, wann der Popst kommt zum Schluss auf Lissabon. Ich wünsche euch Luschen, Alukouen, für Matzebach. Lätschbäsch Gauss, Lissabon. Luschenburgo, Gauss, Lischboa.